Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, Watch Talks. Damians' pride is his weak spot. Just play it up. I miss him to say what he knows. And drop him. He's too reckless. He's too dangerous. Where are you? I don't think you're gonna like my answer. You know what, forget it. I don't need whatever you got. You brought me nothing but trouble. We're done talking. Oh, too late, Aiden. You won't believe where I am. Never mind, I'll send you the feed. Find a TV and have a look. That's Nicky's house. What are you doing? You should hurry, my boy. Your pretty sister needs you. Damian! What? You're gonna be able to reach Nicky's house. Okay. That's what we want to do. What? 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 What did you do? Was ist hier drin? Da hier jetzt ein Parkplatz mit lauter Autos ist, wechseln wir doch mal kurz. Ich muss sagen, die Autos sehen schon echt teilweise cool aus. Und allerdings stehe ich ja viel mehr auf Muscle Cards als auf Sportwagen. Das ist hier eher ein Sportwagen. Wollen wir hier nicht drüber irgendwie? Moment. Ich bin völlig falsch. Oh, was haben wir denn hier? Eine Rampe. Yeeey. Monster Stunts. Ob es da auch irgendwas für gibt, solche Stunts zu absolvieren? Weiß ich gar nicht. Könnte ich mal ausprobieren, wenn ich so eine Rampe sehe, da mal mit voller Wucht drüber zu fahren? Ob es da irgendwelche Boni für gibt? Wie in GTA? Da gibt es ja immer Monster Stunts und da gibt es ja auch Boni für. Oder man muss sie machen. Oder WTF? WTF? Holla, die Waldfee. Das nenne ich jetzt mal wirklich Leck. Das hat mir jetzt schon länger nicht mehr... Ohlalalala. Komm. Du darfst gerne aufgehen. Ja komm, das ist das Haus von unserer Schwester. Da steht noch so ein Wagen vor der Tür, ja. Wie parke ich denn da am besten? In dem ich noch ein bisschen was kaputt mache. In den Zaun kann sie dann reparieren, hat sowas zu tun. 6 Jahre alt. Das ist tragisch. Wo sind sie? Es ist so ein Wagen. Alles das? Es ist so ein Wagen. Du weißt, die reale Tragödie hier ist, dass jemand wie du... Wir sind so viele Fragile. Es macht dich Fragile. Wo? Das ist nicht so funktioniert. Wir wollen das nicht antworten. Ja? Aiden! Nicky, wo du bist? Nicky! Stopp und denk. Du f***st und sie ist tot. Das ist nicht so, wie ich es wollte. Aber das ist wo wir sind. Wenn du mir hörst. Dinge wäre anders. Nur sagst mir, wo sie sind. Wo sie sind. Es ist nur Nicky. Das kleine Junge. Ich weiß nicht wo er ist. Das ist was wird passieren. Ich gehe zu einem Wagen. Ich sagte, dass es noch ein Hacker gibt. Das führt dich zu seinem Computer. Entschuldigung? Und wir werden wissen, wer hat den Halt auf uns. Was willst du wirklich? Du hast dein Recht für mich gefragt. Ich will diese Wagen. Das ist alles, was du musst wissen. Und das ist der Preis für Nicky. Was ist das für ein fieser Drecksack? Ganz ehrlich. Wo ist Jax? Damien hat ihn nicht. Ich hoffe, dass er sein Tablet hat. Da! Er ist auf der L. Oh pf***. Niemand ist hinter ihm. Da. Oh, ob er sich mit Geräten hat. Und ich brauche ihn sicher. Ich brauche ihn sicher. Kommt, ich kann das machen. Warum kann ich das nicht durch die Tür heraus? Nicky. Bord's! Und ich habe jetzt nicht durch die Tür heraus. Nicky. Ey, nass sie! Das hat ihn Nicky. So, was haben wir denn hier? Sprachlautstärke, die muss ich doch mal ein bisschen hochstellen. So auf 30. Und... Ja. Ja, lassen wir es mal auf 30, würde ich sagen. Übernehmen. Es ist mir doch irgendwie ein bisschen leise. Ich fand es zwar... Ich wollte es zwar schon länger umstellen, habe es aber vergessen. So. Ah. Ich höre ich wenigstens ein bisschen mehr. Ach, der Bahnhof ist hier gleich in der Nähe? Dann wollen wir doch mal gucken. Hallöchen. Ich habe doch auf Entriegen gedrückt, ne? Auf das zu eröffnen. Aber nein, es ist ein... Ich betrete ein Sperrgebiet, aber ich muss doch da hin. Ich kann ihn nicht in Zeit reachen. Okay, hack the train, get Jackson moving and away from these guys. Oh Gott. Den Zug hacken. Oh Gott. Haken Sie unbemerkt den Zug, um Jackson in Sicherheit zu bringen. Okay. Schalten Sie alle Fixer aus, bevor sie Jackson erreichen. Okay. Wie kriegt man das am besten hin? Erstmal Ampeln hacken. Ja. Was kann man sonst noch erledigen hier? Mehr Ampeln. Wie kriegst du das Zielperson entkommt? Warte, fuck. Was? Muss ich hier schneller sein einfach, oder was? Ich hab keinen Akku mehr. Ich kann jetzt auch nichts mehr machen. Ich hätte nur zu viel Ampeln hacken sollen. Waaat? Ja, super. Zielperson ist entkommen. Alles klar. Da ich jetzt mal wieder nicht genau wusste, was ich hier machen muss, aber gut. Wir probieren es nochmal und wahrscheinlich dann nochmal und nochmal und nochmal und schaffen es irgendwann. Gehe ich mal davon aus. Auf keinen Fall werde ich jetzt diese Missfühle nur abbrechen. Du kannst die nächste Station. Hör auf, Kindheit. Trenn ist weg. Sch***. Okay, komm zur nächsten Station. Geh, geh! Okay. Wie soll die da ausschalten? Ach, jetzt, komm. Jetzt hab ich ein ganz anderes Auto. Fickt euch doch. Na, guck mal. Hier, diese Poller. Die hätte ich eben schon nutzen können, ne? Was ist das? Was soll denn hier die ganze Zeit bedeuten? Zielperson entkommt. Oh, da waren, ach, da sind die mit gemeint. So. Na, auf Ampeln scheiße ich jetzt mal. Ach, komm. Da muss jetzt noch so ein Spaß dazukommen, der mir noch Stress macht. Komm. Könnte der Spaß nicht einfach erlöschen. Ich wollte Poller hochfahren, aber nein. Die Poller wollen nicht hochgefahren werden. Na, super. Das läuft so nicht. Alter. Das funktioniert gerade echt nicht, was ich hier treibe, ne? Oh, komm. Was soll die Scheiße denn? So, ich fahre jetzt hier einfach weiter. Ja, super. Die ballen hier kräftig auf mich. Ich krieg ein bisschen hin, ne? Ich soll, ich soll die erledigen? Toll, aber ich krieg's nicht hin. Ja, die machen aber auch nur Mistzoll. Ich mach jetzt was ganz anderes. So. Geh's hier auf den Bahnhof rauf. Und ziehe hier die nächste Bahn. So, müsste man, müsste nur vorher mal irgendwie ein bisschen entdecken. Ja, super. Es war so klar. Bei so Gelegenheiten denke ich immer wieder, ich bin, äh, saudumm, das, äh, richtig zu machen. Vielleicht ist es aber auch nur scheiße schwer. Wobei das eigentlich gar nicht sein kann. Ja, toll. Wieder so ne Scheißkarre. Ach, komm. Ich glaube, ich lasse es jetzt hier einfach die Leute entkommen. Weißt du, diese Pollardar, die hätte ich schon nutzen können, wenn ich jetzt hier eher geschaltet hätte. wieder. Ja, toll. Kommt jetzt gleich wieder so ein Spaß noch in dazu. Ach, komm. So, jetzt versuche ich hier mit allen Mitteln, die auszuschalten. Nein, 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 nicht die Ampel. Hier, irgendwelche Poller könnte man dann noch ... Alter, jetzt habe ich wieder... Das kam doch... kam nicht schnell genug, äh, lang genug. Toll. Oh, komm. Das funktioniert einfach nicht. Alter. Warum funktioniert das nicht? Was ist das denn für eine Scheiße? Toll, wir sind wieder da. Oh, geht doch aus dem Weg. Ich muss doch hier ein paar... So, Problem ist noch... Ja, toll. Haut doch einfach alle ab. Was müsst ihr euch denn vor mich stellen? Geht doch einfach weg. Oh, man. Vor allem, da ist ganz kurz ist es nur da gewesen, dieses Ausschalten und bis ich gedrückt habe, war es schon wieder zu spät. Oh, geht doch. So, die können mich mal da hinten. So, den kriegen wir doch wohl hoffentlich auch. Müssen wir nur noch ein bisschen. Warten. Ja, toll. Super, die werden ausgeschaltet. Jetzt muss ich aber trotzdem den Rest auch noch eliminieren. Toll. So, die folgen mir jetzt einfach nur. So, kann ich hier auch einfach abhauen oder so? So, die kommen mir jetzt hinterhergefahren. Das ist nice. So, die kriegen wir doch schon irgendwie ausgeschaltet, gell? Eliminieren sie alle übrigens fixer. Also, ich bin noch jedenfalls dran. Muss es nur irgendwie auch klappen. Irgendwelche Poller, die wir vielleicht nutzen könnten. Ach ja. Bisher ist hier nichts, was ich nutzen könnte, leider. Ich fahre jetzt noch mal in die Richtung, aus der ich gerade gekommen bin. Vielleicht kann man noch finden, ich sehe nämlich hier ist auch nirgendwo mehr Poller, die ich hochfahren könnte oder so. Sehr schade finde. Moment, wir sind ja gerade hier über diese Brücke gefahren, ne? Dann fahren wir da wieder noch mal zurück. Toll. Sag mal, werden das jetzt immer mehr oder was? Hm. Ähm, ja, toll. Kann ich jetzt hier nicht irgendwie dieses Zeugs auswählen? Nein, natürlich nicht. Toll, da wäre ein Poller. Alter, kannst du mal fahren, bitte? Bitte? soo. Soo. Mensch! Ach, die holen tatsächlich Verstärkung. Aber da steht ja auch wirklich eliminieren und nicht, dass ich denen entkommen soll. Was ich jetzt schon echt blöd finde, was ich jetzt eliminieren muss. So, kriegen wir das vielleicht irgendwie noch gebacken? Toll, es sind immer noch drei Teile, die mir folgen. Oh, komm, wenn das so weitergeht, dann sterbe ich noch, bevor auch nur irgendwas in Richtung... in die richtige Richtung funktioniert hier. Monometer. Es sind immer noch drei, eben war Fahrzeugneutralisierung, aber immer noch drei. Alter. Das hat mal gut geklappt hier mit den Ampeln. Alter, jetzt kann... Jetzt brauche ich jetzt wirklich nur noch abzuhauen, oder? Ah. Steigen Sie in die Hochbahn und finden Sie... Alter. Okay. Dann, das hätte viel eher gehen können, wenn da nicht einfach nur eliminieren gestanden hätte, sondern wie sonst, dass ich entkommen soll. Ja, prima. Das hat mich jetzt hier voll aufgehalten. Aber gut, in die Hochbahn steige ich jetzt noch kurz, wenn ich sie zügig finde. Aber scheinbar fahre ich jetzt noch ein bisschen falsch. Ja, ich hätte jetzt mal noch auf ein anderes Auto umsteigen können, aber egal. So. Den Zug besteigen. 100 Meter noch. Wie weit muss ich dann da noch? Oh, komm. Das heißt, ich bin schon wieder falsch gefahren. Wie komme ich denn da hin? Zum Teufel. Ah, hier lang komme ich. Ähm, ja, wenigstens. Halbwegs. Gut. Gut. Danke fürs Anhalten, du Pfosten. Ah, wir haben's geknopft. Jax. Jax. Du bist jetzt sicher. All right? Du bist sicher. Okay, listen. Das ist wichtig. Back in der Haus, hast du hörst, die Leute sagen was? Komm schon, Jax. Talk mit mir. All right. We're going to find your mom. Dr. Mendez speaking. Yolanda, hi. This is Aiden Pierce, Nicky's brother. Is everything all right? It'd be great if we can meet in person. I'm on the train with Jax. All right. Do you know where Nicky dropped him off? Yeah, we'll meet you there. Mm-hmm. I need you to be brave for me, okay? A minute the house said this. This is good, Jax. It's good. Yeah. Yeah. Hey. Hello, sweetheart. What's going on, Mr. Pierce? Where's Nicky? It's been a rough week. She's forced herself to get rid of Lena's stuff. And I think she's finally saying her goodbyes. How bad is it? It's bad. She should call me. Well, she wanted me to call you. See, we were wondering if you could look after Jax for a few days. We'll pay you, of course. Of course. I'll help in any way I can. That'd be great. Thank you. Vicky needs to grieve. I know it's hard, but it's a good thing. It's been rough. We're gonna work it out. Right? Hey, little man. We're gonna cause some trouble. Ha. Let's go. Let's go. Hm. Go. Open on the side, man. Like, under the pit. So, I'm coming with the ride. I'm coming with the shortage. I'm coming with the plague. I'm coming with the plague. Cool ban, yeah. I promise not. I'm coming with the plague. I'm coming with the plague. Halt durch, Junge, geschafft. Mission beendet. Jawoll. So, haben wir das gern. So, jetzt gucke ich mal kurz noch was. Kann ich jetzt hier irgendwie... Wo bin ich denn eigentlich? Ah, hier bin ich. Kann ich da irgendwie... Schnelle Reise, wunderbar. Dann gehen wir da noch schnell hin und... WTF. Noch ein Container. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Da können wir abgefangene Audi-Loks... Gucken wir doch mal rein. Okay. Die kann ich mir hier scheinbar alle nochmal angucken. Okay, dann gehen wir wieder raus. Oder? Hm. Oh Gott. Kann ruhig ausbleiben, die Musik. Gut, ich würde sagen, wir... Ruhen uns noch ein wenig aus. So. Ja, schlafen. Und im nächsten Part geht es weiter. Wahrscheinlich mit der nächsten Mission. Oder mal schauen. Holla, die warte, wie die Stunden dann da hinziehen. Ha. Nice. Gut. Im nächsten Part geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.